hallo leute heute ist der 12 august 2020 wir haben hier 40 bis 42 grad celsius draußen ist es kaum auszuhalten und deshalb bin ich in den keller gegangen heute dreht sich hauptsächlich nur um die speiche wie mache ich die speiche ich schnitze die speichen alle mit einem schnitzmesser und füge sie dann in den in die nabe ein damit es dann irgendwann zu einem schönen stabilen rad wird wie ich das mache zeige ich euch jetzt die speichen schnitze ich aus vierkant hölzern die ich aus ehemaligen hölzern light hölzern von silvester raketen schneide wobei ich darauf achte dass die die maserung im holz relativ parallel läuft also the grain in english it's called the grain und ich glaube man kann das hier ziemlich gut sehen dass diese relativ parallel laufen und somit dann nicht die neigung haben sofort zu brechen die schneide ich also in in länge meistens so 45 zentimeter und fangen indem ich hier oben eine kleine marke setzte ringsherum mit dem schnitzmesser und von diesem von dieser marke aus schnitt sich runter erst die ecken da muss man natürlich ein bisschen aufpassen dass man sich nicht in den finger schneidet weil diese messer diese schnitzmesser der firma kirschen deutsche marke die sind natürlich extrem scharf dann überlege ich welche beiden seiten welche seiten ich nehme um die speiche flacher zu machen und dann geht es los dann schnitzt man sich einen weg dann nehme ich wieder mir die ecken vor dann habe ich nicht so eine große plane fläche die ich schnitzen muss immer schön auf den daumen achten immer schön auf die fingerkuppen achten man sollte sich vielleicht da pflaster drüber kleben aber ich bin da relativ schmerzlos da ich beruflich bevor ich in rente gegangen bin sehr viel mit messern zu tun hatte und mich des häufigen also des öfteren in die pfoten geschnitten habe das macht man jetzt so lange bis man mit der felge fertig ist bis die schmal genug bis die einem schmal genug erscheint manchmal ist es etwas schwieriger manchmal ist das holz auch irgendwie sehr hart manchmal sind nicht so hart und hierbei geht es eigentlich also ich schnitz dann da so lange dran rum bis ich die form erreicht habe die mir gefällt und das war es dann eigentlich schon hier oben muss man noch ein bisschen so weg nehmen damit diese struktur auch erreicht wird die man braucht um den eindruck zu erwecken dass die in einem guss in der narbe sitzen so diese speichel this spoke looks very good i guess ne da wollen wir mal schauen die müsste ich jetzt natürlich hier oben noch verändern hier muss noch ein 30 grad eine spitze reingeschliffen werden von 30 grad und eine leichte kränkung oder schränkung um eben diese schüssel form zu erreichen und so sieht es dann nachher aus und die kann ich jetzt ich habe die hier schon vorbereitet die kann ich jetzt hier sieht man vielleicht auch dass das ein leichter schräg ist und die schräge brauchen wir das sind genau diese drei bis fünf prozent die dann diese schüssel form aus machen dann werden die hier rein geklickt als hätte ich es erfunden und es klappt die ein oder andere felge muss natürlich noch bearbeitet werden aber im großen und ganzen gefallen die mir schon ganz gut hier sind wir jetzt ein bisschen zu eng das sind nämlich 2 4 6 8 2 4 2 4 6 8 10 11 einer zu wenig also muss ich die enger setzen aber das klappt ich bin ja immer noch ein bewunderer der alten handwerker aus der zeit vor 1850 als es noch keine bandsägen gab denn die bandsäge wurde erst die erste bandsäge die man benutzen konnte die wurde erst 1855 auf der pariser weltausstellung vorgestellt und davor haben diese handwerker diese wheelrider oder diese 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 wagner alles mit der hand gemacht die haben die löcher in die narbe selbst gebohrt die haben alles mit per hand gemacht die haben die speichen gesägt die haben die speichen wahrscheinlich mit irgendwelchen reiseisen in form gebracht und dann sollte es schließlich und endlich irgendwann aussehen wie jetzt man kann glaube ich die schüssel form erkennen die ist natürlich so ein bisschen unregelmäßig noch aber das gibt sich weil während des verleimens wird jetzt diese speiche in eine vorrichtung eingespannt die mir dann erlaubt alle speichen diese felge wird in eine vorrichtung eingespannt die mir erlaubt alle felgen im gleichen winkel zu verleimen so sieht dann schon mal das rad ohne die felgen aus naja die felge jetzt habe ich hier nur so große felgen liegen die kämen dann hier so rum die ist natürlich jetzt zu groß aber im großen und ganzen ist das erkennbar und dann letzten endes sähe dann das rad so aus wie dieses wobei ich dieses nur gesteckt habe und auch nur oberflächlich geschnitzt habe ja man kann also diese räder in den verschiedensten verfahren machen man kann sich sehr viel müde geben und man kann sich nicht so sehr viel müde geben wie hier in meinen anfangszeiten da habe ich einfach schaschlikstäbe genommen und diesen reifen als diesen reifen habe ich stickrahmen verwendet die ich in china bestellt habe die in verschiedenen durchmessern gibt und sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus ist nur keine museumsqualität naja also wenn man überlegt was die leute damals geleistet haben mit ihrer handwerkskunst die reifen wurden geschnitten ich weiß nicht wie sie es gemacht haben ob sie die mit irgendwelchen scharfen fuchsschwänzen gesägt haben wie sie die speichen dann in form gebracht haben das ist also sehr sehr aufwändig gewesen und bis dann die bandsäge kam 1855 erst das heißt also die besiegelung des wilden westens das ist ja mein hauptinteressengebiet war also wirklich abhängig und lag daran war abhängig davon wie gut so ein stellmacher so ein wagner so ein wheelrider so ein coachbuilder wie gut der in der lage war solche räder zu bauen ja das ist der zweite teil und im nächsten teil werde ich dann wahrscheinlich zeigen wie ich dieses dieses unterstützungsgerätchen hier gebaut habe und aus welchem grund und dann geht es weiter dann werden die fellows oder fellies installiert also die felge ja ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal nochmal eine erklärung zu den einzelteilen eines rades habe ich ja gerade ein bisschen alles durcheinander geworfen das sind die fel das sind die speichen das spokes das ist die nabe the hub oder the naif in englisch und das hier ist die felge fellows die normalerweise aus sechs teilen besteht in jedem teil bei einer zwölf äh speichigen bei einem zwölf speichigen rad stecken in jedem fellow zwei speichen in england in deutschland überall in europa überall gleich gemacht das nochmal zur erklärung der teile und dann geht es demnächst weiter und tschüss so das war der zweite teil rund um den bau eines bauernwagens eines farmwagens und hier im besonderen um den bau einer speiche ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal